Willkommen zum Abfahrtswettkampf in Sistrier-Borgata. Die Abfahrt wird im alpinen Skisport als die Königsdisziplin beschrieben. Ja, das Abfahrtsrennen ist immer noch das prestigeträchtigste. Ganz guter Start. Da kann man aber noch mehr rausholen. Ja wohl, super! Und da kann man aber auch mehr rausholen. Die Zwischenzeit ist exzellent. Auf jeden Fall. Ein sehr schnelles Rennen bisher. Die Zwischenzeit ist exzellent. Die Zwischenzeit ist exzellent.